So, Leute, willkommen zurück. Ja, ich habe die Prüfung fertig gemacht und habe hier den... ...Megissuregen. Und so habe ich die Prüfung geschafft. Und hier... Ja. Ähm, Aurel hat auch schon Platt Platzangst. Ähm... Well, well. Still traveling with quite the crowd, I see. What is it, Bartelo? Do you know this Riffran? What is it? You are... Aurel, no? You're one of... Aurel, no. Can I shake your hand? Aurel. I shake your hand. No. Sir Aurel. Aurel, you're the reason I became a Guardian. Good reason I became a Guardian. Thank you, sir. This means so much to me. Calling the personal Guardian the Lord Brassba Riffrath? Then you call yourself a Summoner? Yeesh. Bartelo, you Knoth. Get back here. Yeesh. Hang in there, buddy. Eh? Hang in there, buddy. Stop it. I swear, I'll never watch this. Ach, man, I should be able to. Please touch me with that hand and I'll remove it. Ganz einfach. You owe much to your father. All these Guardians. And Sir Aurel, too? And I hear Maester Seymour's quite taken with you. The world must look different when you're the daughter of Lord Brassba. This has nothing to do with my father. I am traveling on my own, as a full-fledged Summoner. Oh, is that so? Then try standing on your own two legs for once. Your Guardians won't be able to protect you when the time comes. Und wir hatten den Neuwestern, Ixion. Ja, ich erinnere mich irgendwie an so einen Einhorn. Pegasus, FS, keine Ahnung warum. So. Wir wählen uns mal. 23. Well, yeah. Okay. Okay. Ich verstehe schon. So, dann gucken wir's los jetzt. Ja, aber klar. Wo eigentlich haben wir alles. Ich frage mal, wo ist nun eigentlich? Dann hat's gut. Isaru zu. Mhm. Er meint damit wohl, wir sollten uns auch langsam verkrümeln. Ja, wir gehen doch mal rein mal gucken. Um zu dürfen ... ... ... ... ... ... ... ... ... So, äh, bin nur, als ob ich es wissen würde, wo Luna eigentlich wirklich ist. Nicht der einzige, der mir so geht, der liegt so. Dann, Luna? Sie war gearbeitet bis dawn. Sie war nicht so gebrochen. Okay. Ah. Oh nein. Nee. Tür ist auch gespannen. Oh nein. Oh, oh. Don't worry. It's okay. Yo, sleepyhead. Sorry. I'm so sorry. Please forgive me. Really, there's no rush here. Your hair. A summoner with bad hair. What's the world coming to? You could have woken me up. Uh, we called to you. But with all that snoring. What is it today? Everyone's picking on me. Oh, you too, Sir Orrin? Once Lady Yuna fixes her hair, we leave. I haven't really laughed like that in a long time. It was only later that I realized. The only one really laughing then was me. Laughing must have been the only thing, keeping them going. Oh, I know. Oh, that's not what you need to do. Oh, that's not what you need. Okay. um schist schon wo es auch so ich bin immer mit mir sind nicht so gut wie schon aufnehmen kommt die ins Haus nach dem Wachstum will you be okay ein vierter reich brest ihn den Kielbremse will you be leaving to was wir kosten und wenn wir hatten oder in search of chocobos zu vermitteln, die wir verloren haben. Als wir die Chocobos finden, unsere Mounted Forces wiederholen werden. Huh? Du bist nicht jemanden verloren? Captain! Wait für mich! Was hat dir so lange gemacht? Wir sind weg. Du erwählst mich mit einem Chocobo? Lady Yuna, ich wünsche dir eine gute Glückwunsch. Elma, Clasco, los geht's! Hey, kann ich nicht nur ein bisschen resten? Keine Anmerksamkeit. Clasco tut mir wirklich leid. So. um wer zunächst wie krasse und gar nicht genau das können aus nun kann ich auch nur sagen nun für den jungen kennen ja und Ja. Mhm. Peter, lass mich dich überspringen. Ich will nicht mit Euren reden. Und dann... Und... Du, das ist ein Eis-Pudding, ne? Schnee- oder Schnee-Pudding. Oh, fast 1000. Ah, fast so effektiver. So. Oh, die ist halt eingekriegt. Apropos, das hat mir noch was ein. Cool. So. Und jetzt können wir den Harpace-Tiro werden für Tiro's abgenossen. Ich weiß nicht warum ich mich für Tiro's beziehungsweise... Ich weiß ja nicht mehr für Tiro's. Das ist ja wohl gut ja allen. Aber ich weiß nicht warum ich mich mal, dass wir da bis dahin aufgespart haben, weil Tiro's jetzt 1.200. Nicht schön. Aber ich lass mich hier nicht vorbereiten. Ja, es geht halt. Aber dann stehen schon... ... die beiden nächsten Genossen... ... die haben wir nicht schon erkennt. Rechte mal ja auch. Ja... Das ist es fair. Hab doch, ich denke mir, dass es auch Training ist. Ach, dein Schlimmste Film ja anschließend hast du dich. Ja, ja, ja. War klar! Tresst du? Jo, gut. Dann wäre mal nicht schlecht. Revenged. Ähm, ne, wir machen erstmal Walker ... ... und du weißt das viermal ... an? Haben wir den Pfennig? Ja, reicht. Du greifst das hier auch nicht mal. Ach, sieben, zwei, ey. Ist übrigens, wer sich schon gemerkt hat, nicht um Schaden zu produzieren. Du, come on. Äh, our one? So. Oh, ja. Ich seh, um... ...dennais... ...dennens mal bei dir ankommen. Uah. Hm. My name's Yuna. Pleased to meet you. Okay. Ich könnte das der beste, oder? So, und dann haben wir's nur an. So. So. Ähm... Einmal können wir noch. Ich muss sagen können, wir haben gar keine Wasserbestien. Und dann... Ne, warte mal dann. Einmal blitzraher, aber auf mich. Ein bisschen weiter auf X gehören. Ein bisschen weiter auf X gehören. Dann... allem sind ja nicht. Ähm... Nein, wie der blitzraher, weil... der Indie soll mein, dass es viel Licht ist. Beim Essen war Möönie. Weil wie ich... ... in aller Teile von ihm heißt, stirbt, äh... ...gucken... Möönie. Möönie. Mönie. Mönie. ... Mönie. Mö, sag ich. 2000. Na ja. ... geht mir. Küschchen tanz! Mö. Sie haben, da? Das äh, ähm... 1,6. Ich weiß gar nicht, was Chris & Tanns überhaupt bringt. Das wird's gerade gar nicht. Ich weiß, was hat für euch da gut sein. Ne, Leute. Na, das ist sogar vernichtet. So. Ist auch sehr schön, wie das Pferd sich so hochschmeißt. Ach, hier ist gar nicht allein... Kraft- und Zeitzheorien. Schön. Ach, kein Spielmann. So. Mal gucken, was ist denn hier los? Mal gucken. 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 Ich bin ganz sicher. Ja! 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 Mh! Felt dich! Ich hab kurz vergessen bekommen. Ja! Und dann warte! Ach so! Äh! Schön für dich! Äh! Äh! So! Bis zum nächsten Mal Leute! Weil... Pause!